Hi Leute, schaut euch das mal an, was der hier macht. Das ist doch hobbylos, oder? Hier wurden schon die Mauern kaputt gemacht, aber hat sich da hochgebaut. Diese goldenen Mauern halten extra viel aus. Was soll man dazu sagen? Wie können... Welche Menschen können auf so eine Idee kommen? Das habe ich auch noch nie erlebt. Schon irgendwie drei Leute sind hier. Aber der ist jetzt auch da oben. Okay. Musst du dich auch mal machen. Okay, ich lasse es. Das ist ja der Meister mehr, was der da gemacht hat. Dann... würde ich sagen, ciao.